Michael Jackson ging als Ausnahmekünstler in die Geschichte eingegangen. Nun, 14 Jahre nach seinem Tod, wird ein neuer Film über den King of Pop gedreht. Der geplante Film über das Leben von Michael Jackson nimmt immer mehr Form an. Nun hat sich Lionsgate mit Universal zusammengeschlossen, um das Biopic weltweit präsentieren zu können. Das sind die wichtigsten Fakten zum King of Pop Film. Michael Jackson – die ersten Details zum Film. Das Leben des King of Pop wird verfilmt. Bereits seit Februar 2022 steht fest, dass es ein Biopic über Michael Jackson, von 1958 bis 2009, geben wird. Nun rückt der Start der Dreharbeiten von Michael in greifbare Nähe. Als neueste Entwicklung hat das Filmstudio Lionsgate am Dienstag die Zusammenarbeit mit Universal als internationalen Verleiher bekannt gegeben, wie das Branchenportal Deadline berichtet. Das ist bislang über den Film bekannt, der das Leben und die Karriere des berühmten und auch umstrittenen Musikers beleuchten wird. Michael Jackson – dieser Schauspieler übernimmt die Hauptrolle. Verkörpert wird Michael Jackson im Biopic von einem Mitglied aus seiner eigenen Familie. Im Januar 2023 wurde sein Neffe Jafar Jackson als Hauptdarsteller des biografischen Films präsentiert. Auf Instagram postete der Sohn von Michael Jäckschens Bruder Jermaine Jackson Anfang des Jahres ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn in einer typischen Tanzpose des King of Pop zeigt. Dazu schrieb er, Das Drehbuch für das Biopic stammt aus der Feder des Drehbuchautors John Logan, der bereits für drei Oscars nominiert war. Der geplante Film will ein eingehendes Porträt des komplizierten Mannes zeigen, der zum King of Pop wurde. Es wird Jäckschens ikonischte Auftritte zum Leben erwecken. Und einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das Privatleben des Entertainers geben, kündigte Lionsgate an.